Hallo zusammen, heute zeige ich euch meinen Karten- und Navigationsassistenten fürs Kajak. Wie üblich, eine einfache, aber effiziente und funktionale Lösung. Hier seht ihr die ganze Konstruktion aus der Fahrersicht. Wir haben also links die Möglichkeit, eine Karte einzuklemmen. Hier sind zwei von diesen Halterungen, die man von Klemmbrettern kennt. Und hier neben ein Haken, an dem ich das GPS einhaken kann. Ich navigiere gerne sowohl beim Wandern als auch auf dem Kajak per Track, den ich mir vorher zu Hause plane und dann aufs GPS laden kann. Aber eine Karte ist halt auch im Kajak genauso wichtig wie auch beim Wandern. Ich finde es beim Kajak sogar noch wichtiger, eine Karte zu haben, weil man sich da noch viel einfacher an der Landschaft orientieren kann als beim Wandern. Und damit ich es euch besser zeigen kann, nehmen wir das Ganze jetzt mal auseinander. Dann machen wir die Karte weg. Dann das Navi aushaken. Die Sicherungsleine entfernen. Und dann sieht man die Grundkonstruktion. Auch hier wieder. Das Navigationspanel ist mit dem Schnellverschluss befestigt, wie viele andere Anbauten, die ich habe auch. Da kommen wir später in einem anderen Video nochmal zu. Und dann haben wir die Halterung. Das Grundsystem ist eine beschichtete Aluplatte. Die kann man sich im Internet so fertig nach Maß bestellen. Dann diese Klemmen, die kann man ebenfalls, kriegt man die bei Amazon recht günstig. Sind da auch einfach befestigt. Einfach pro Klemme zwei Bohrungen, blinden Nieten rein, fertig. Hier als Halterung für das GPS habe ich dann auch wieder ein Lochblech verwendet. Das hatte ich euch schon mal an der Stelle auch schon mal gezeigt. Die kann man einfach hier dann wieder mit aufgepressten Kabelschuhen versehen. Und dann ist das Ding sicher, kann nicht weg. Und sichert dann, wenn man es über den Haken befestigt, das GPS erhält. So, als Sonnenschutz habe ich einen Kunststoffeimer zerschnitten. Und mit der Heißflugpistole habe ich das Ganze hier in Form gebracht. Dann kann man das hier sehen. Das ist also einfach ein Reflexionsblendenschutz für die Sonne. Der spendet den ganzen Schatten und man kann die Karte auch lesen, wenn der Sonne stark scheint. Von hinten dann auch wieder durchgebohrt, vernietet. Das Ganze erhält Aluniten, damit auch wasserresistent. Als Montage eine Aluschiene genommen, die allerdings in dem Fall verschraubt. Falls man da nochmal nachkolligieren muss, ist es immer sinnvoll, bei so weit Schrauben zu nehmen. Die geht hier runter. Und hier dann ein Winkel in die Aluschiene verschraubt. Und auf dem Winkel die Adapterplatte für die Schnellkuppel. Somit auch wieder, wie alles andere, schnell zu demontieren. Und bei Bedarf schnell montiert. Das sieht man dann hier. Einsetzen, reinklicken, fertig. Und das ist fest. Er hat sich schon bewährt auf mehreren Touren. Und würde ich jederzeit wieder so bauen. Wenn ihr Ideen habt, das zu verbessern, Vorschläge, Kommentare, gerne in das Kommentarfeld unter dem Video. Ich freue mich da auf rege Diskussionen. Verbesserungsvorschläge sind immer gekommen. Abonniert mich gerne, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt. Und dann sage ich, danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.